V1099 als renommierter Hersteller von Verpackungssystemen hat sich entschieden, das Produktportfolio zu kompletieren. Mit dem SL600 Slicer haben wir eine komplette Verpackungslinie vom Schneiden bis zum Verpacken in unserem Portfolio. Wir haben uns entschieden, Bosch Rexroth Antriebs- und Automatisierungskomponenten einzusetzen. Besonders hervorheben möchte ich den Support, den wir vom Hause Bosch Rexroth erhalten, in der Anfangs- und Einführungsphase. Hygiene ist in der Lebensmittelindustrie von besonderer Bedeutung. Die dezentrale Antriebstechnik von Bosch Rexroth erlaubt es uns, den Verkabelungsaufwand der einzelnen Komponenten miteinander absolut zu minimieren. Das bedeutet wenig Kanäle, wenig Reinigungsaufwand. Wenn gleich die Automatisierung in unseren Prozessen auf höchstem Niveau erfolgt, so ist doch der Bediener unverzichtbar. Einfache Bedienung sichert gute Ergebnisse. Neben der Präzision, Dynamik und Leistungsfähigkeit dieses Systems waren das die Hauptgründe, uns für Bosch Rexroth zu entscheiden. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth, um weiterhin Innovationen neu in den Markt zu bringen.